Hallihallo! Wir befinden uns gerade an der Oder im Jack und wir haben gerade trainiert für das Drachenbootrennen, wo wir dieses Jahr den ersten Platz machen werden. Wie war's für euch? Super! Das hat richtig Spaß gemacht. Oh, Finger! Das Wasser ist schön warm. Wie war's für euch? Ja, das Wasser ist mega warm. Ja, nachdem wir uns erstmal abgestimmt haben, bin ich sehr optimistisch. Das war es wenigstens aufs Plätzchen schauen. Ja, aufs Treppchen wäre schön. Treppchen wäre schon geil. Erster Platz ist uns sicher. Auf jeden Fall, aber alle haben eine gute Teambegeisterung. Ja, es macht echt Spaß. Es ist schon geil. Fern plus! Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.